Willkommen zu einem neuen Part von Saints Row 4. Wir sind hier mit diesem hässlichen, abartigen, fetten Stück Scheiße. Ich tritt dich weg, ey. Den Müll mit dir, wo du hingehst, ey. Ey, ey. Sinn ist normal. Weil ich geistig weinträchtig bin. Meine Mama hat gesagt, das sieht schöner aus. Du bist vergast, ey. Mama hat gesagt, ich bin was Besonderes. Für dich werden Gascommon gebaut. Fettes Stück Scheiße, ey. So, Sinn ist normal, boffern. Beleidigt all unsere übergewichtigen Zuschauer, okay. Ich vergaß euch alle, ey. Oh mein Gott! Warte, wie geht das? Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade schon eine ganze Zeit probiert, aber irgendwie habe ich das bloß gerade irgendwie mit dem Steuerfall da. Aber es geht irgendwie auch nicht immer. Keine Ahnung. Wie, wie, was drückst du denn? Oh Gott. Irgendwie funktioniert das bloß ein paar Mal. Keine Ahnung, nicht immer. Wie, wie, was drückst du denn? Ich drück mich auch auf einmal. Das ist irgendwie ein bisschen bucky, habe ich das Gefühl. Ich bin hier, aber es geht. Wie, was drückst du denn? 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 Hm. Ja, und die Grundlagen sind geschafft. Wir kriegen 2000 Bar Geld. Wir kriegen, wir haben jetzt Level 2 erreicht von der RPR. Und Begleiter Fahrzeuglieferung. Während du in deinem Fahrzeug bist, kannst du es mit nach unten speichern. Um das Fahrzeug später benutzen zu können, kannst du die Fahrzeuglieferung im Telefonbuch deines Habs anrufen. Wer braucht denn schon eine Garage, wenn man dein Fahrzeug einfach so materiell sehen lassen kann? Stimmt. Ja. Aber... Warte mal, ging das in den Einstellungen? Ah, jetzt kann ich mal. Fähigkeiten. Ausdauererhöhung. Ausdauer erhöht. Gesundheit ist auch. 2000 hole ich mir mal. Letzt Upgrade ist Gesundheit. Schaden. Handfeuerwaffen. Danke. Kampf. Munizio und Pistole. Danke. Fahrzeuge. Nitro. Ah, Nitro ist cool. 2000 hole ich mir. Hab ich gar alle noch übrig. Boni. Unruhe, Herdbelohnung. Bar Geld Erhöhung. So. Musik. Radio. Sender aktivieren. Deaktivieren. Ich mach... Ich... Direktiviere das mal an. Alter Senjak Classics, ne? Sender bis Büste. So. Wir buchen jetzt mal ein Spargeld ab. Geht nicht. So, wir haben zwei Aufträge. Wir haben Herausforderungen. Wir haben... Nebenaufgabe Anpassung. Und lernen die Regeln. Machen wir erst immer mal die Nebenaufgaben, bevor wir die Hauptaufgaben machen, oder? Ja, doch schon. Weil da geht's auch darum, dass wir Klamotten holen und so. Wir haben halt diese Nebenaufgabe. Klamotten und Auto. Genau. So. So. Kofferplänen sind eine. Bei der Aufgabe von Koperix mitmachen? Ich zeig dir jetzt, dass ich gar nicht so geistig angenommen bin. Naja. Das ist Bobby Trap Siege. Genau. Ah, warte mal. Das Radio... Wie kann man das Radio ausschalten? Äh, auch mit nem Steuerkreuz. Okay, gut ausgeschaltet. Ah, jetzt könnte man eigene Musik einfügen. Wenn ich nicht GEMA-Musik... Die GEMA-freie Musik. Ja. Wenn ich die kennen würde, irgendwas davon, dann... Mach ich das für euch, aber... Ah, jetzt sind wir schon da. Ja. Erstmal aussteigen. Wir gehen zu Planet Zenyak. Scheiße. Ja, gar nicht behindert. Äh, jetzt bin ich eingestiegen. Oh Mann. Du musst ne Kleidung kaufen gehen. Guck mal, was machst du denn? Oh Mann, Fick, ey. So. Irgendwelche Brillen... Ach du Scheiße. Gibt's irgendeine normale Brille? Nein. Ich glaube nicht. Okay, dann nehm ich lieber keine. Ich hab jetzt... Kontaktlinser, wo die Scheiße sind, so... Äh... Gibt's irgendeine Huta Kulis? Ich muss jetzt mal schauen, was ich mir anziehe. Anzüge. Gogo Kleid, Handtuch, sieht super aus. Oh mein Gott. Johnny Gantz. Madame Präsident. Raumanzug. Sexy Raumanzug. Okay. Oh ja, sexy Raumanzug. Sexy Raumanzug. Hm. Ja, Outfits. Botched, Entschuldigung. Sexy Raumanzug. Ja, wir kriegen doch eh gleich irgendwie so DLC Klammern, deswegen... ...müssen wir uns irgendwie nichts Großes kaufen. Okay, okay, ich mach jetzt mal das hier. Shoot. Unschön ist mein BH erkauf, ne? Ja, er kauft ja mein BH. Shit. Shit. Hol den Schissen, was du machst. So. Ach du Scheiße. Was der hell ist das denn? So, komm. Und dann holen wir uns noch. Oh, das ist ja 7 Minuten gerade. Ah, hier, komm. Ein paar Flip Flops. Reicht genau noch, ja. So. Oh, Sub, schau mich an. Pfff, oh du Scheiße. Ich bin Beach Bitch. Sehr sexy. Schau mal hier, man kann noch so mein BH sehen so. Ich hab schöne Schuhe, finde ich. Du läufst mir auf der Stelle, oh mein Gott. Einen guten Rucksack. Alter, tötet das mit Feuer, ey. Schau mir die schöne Schuhe in die Eier. Ja, okay. Oh Mann ey. So, wo fahren wir los. So, bring ein Fahrzeug zu Ribbonjobs. Polizei glaub ich geht nicht. Polizei geht ja auch schlecht, aber wir finden bestimmt noch was bis dahin. Hier, nimm mal diesen Hammer da. Finde ich ja voll den Hammer, ey. Ja, mein Hammer. Ey, ne, ne, fährt weg. Du Hohnsohn. Nein, nicht ins Polizeiauto. Gut, mit mich hab ich jetzt eins. Na, reicht bestimmt auch. Komm, wo bist du? Wieso schießt die Polizei auf mich? Ich bin ein wehrlose Frau. Frau. Ach du Scheiße. Du hast aber mega Geld ins Auto geholt, ey. Ich bring dich jetzt zur Arbeit, Sub. den Chest. Mal anschaffen, hier. Ich auch mal, ne. Bei Rimjobs, ja, da arbeite ich. Ja, quasi, ich mach Rimjobs mal. Oh mein Gott, ey. Ach du Scheiße, ey. Ich hatte ja erst was anderes mit Bauch frei und so. Oh mein Gott. Ich hab das gleich zu angelacht. Okay. Okay. Und der Koba ist kurz auf K, aber diese... ...Nübigkeit, die kennt ihr ja schon bereits als Darksiders und so. Also Koba mal... ...nicht so Wert auf Qualität legt, sondern auch gerne mal verschwindet und so. Das ist ja alles nichts Neues. Das ist ja alles kein Geheimnis. Was soll ich machen? Hey Koba. Schön, dass du... Oh, was du. Ja. Ja, schick dich. Sin is law above our. Hm. Doch nicht das Auto. Warte mal. Boah, schön hier. Du hast das Gemick gebrochen. Oh ja. Oh fuck, Alter. Dropkick. So. Ich bin drin. Du benötigst neun... Ich hab kein Geld. Hast du Geld? Hast du noch 99 Geld? Ja, ich hab nur 99 Geld. Dich... will... ...hier... Hörbe. Nö... Hörbe. Hörbe. Oh je... Hörbe. 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 Hier steht eines. Bam, und Close Line. Jumping Close Line. Den Churchill. für hier läuft eine frau drin wenn das nicht auf die Karte bekannt ist doch noch noch nicht das ist was nicht mehr Garcia schrecklich unser Rücken 65 er hat wird Prozent Exit Kiel er hat wieder mehr Bekanntheit bekommen okay gut dann stecken wir uns einfach Verstecke da nach der Kölner er ist ein Zunz nicht gut das kann man schlecht noch mal nachholen alles Das guckt die ganze Zeit ein Polizist auf mich. Ich glaube, ich geh mich noch ein bisschen verstecken. Doch, doch, es geht zurück, glaube ich so. Versteck dich mal da, wo ich mich verstecke. Geht's dann sonst zurück. Ja. Naja, frisst das. Aua. Ja, wir sind fertig, wir sind fertig. Sehr schön. So. Und was macht denn der? Ich flieg einfach raus. Okay, sehr schön. Muss ich jetzt hier was tunen, oder geht das auch einfach Spiel fortsetzen jetzt wieder? Ne, ich muss ein Fahrzeug-Upgrade kaufen, okay. Ich will einfach raus. Bei mir fliegst du im Auto, okay, Spear und... Und ich bin nicht gut. Okay. So, ich kann jetzt schauen, wie das Auto... Ich fährt die ganze Zeit rausgespissen von dir. Ich bin fertig. Du kannst einsteigen. Ja, schön, ich seh's. Ich fahr jetzt mal los. Wir haben sogar ein Weed-Dekor an, ne? Schau mal. Wir können's mal sehen. Ja. Unter dem hier... Rückspiegel. Das Beispiel Weed-Baum. Häng. Bitch. Bringe ein Fahrzeug zu Room Jobs. Hast du das auch? Noch? Ja, ich hab das noch. Okay, musst du das natürlich auch noch machen. Ja, veränderte... What the fuck, Alter? Weißt du, du warst da mit deinem Auto und dann wurde ich aus dem Auto rausgeschmissen bei dir. So komisch. Oh, Mann. Das ist doch behindert. Wir spielen hier im Koop, Mann. Sensro sagt nein. Alter. Sensro sagt f*** dich. Du kannst das Auto deines Partners nicht verändern. Das ist jetzt mein Auto, okay? Ich muss was neues Auto. Meine Güte, Mann. Oh, hör, das ist ein geiler Wagen. Das ist ein schneller Wagen. Flip-Flop-Attack! Und tschüss. Der... der Pacemaker. Okay, stop für 20 Minuten die Aufnahme. Stop. Ich möchte nicht, dass es weitergeht. Nö, ich hab Zeit. Ja, okay, Gude. Können wir erwarten. Ja, ich hab Zeit. Okay. Hey, verfügbar, wenn du bekannt bist. So. Leider. Oh, er hat sich gerade dieses Fakt hier deportiert. Jetzt ist es nicht mehr bekannt. Ich hab neun Geld. So, für Fortsetzen. Ich hab neun Geld. Dann kaufen wir ein Fahrzeug-Upgrade. Was soll ich denn mit neun Geld kaufen, du Hurensohn? Was soll jetzt mit dem Auto passiert? Was ist los? Achso, du bist im Kaufmenü, oder? Ja. Das Auto hat sich gerade ein paar Mal im Kreis gedreht und ist dann verschwunden und du standst in der Luft. Geil. Kann ich in dein Auto einsteigen? Nee. Ich dachte, ich kann in dein Auto einsteigen, gerade mit Jungs. Ich hab doch nicht genug Geld, Mann. Kannst du mir irgendwie Geld übertragen oder so? Ich glaub nicht, nee. Oh, Mann. Wie soll ich jetzt Geld bekommen, ey? Leute töten und Geld einsammeln oder so. Oder kannst du hier übers Handy was abheben? Mein Borgeld ist fertig. Ich kann jetzt 68 abheben. Wow. Geil. Richtig. Nice, Mann. Oh, ja. Ja, 68. Dein Upgrade kostet 200. Ich hab grad noch einen Dollar aufgesammelt. Oh, ich hab angeschossen. Oh, Mann, du Hör so. Ich finde das schon leicht unterhaltsam. Ah, ich find's scheiße, ey. Ja, hier ist kein Tochter die Geld rum. Oh, ich hab ein Gold eingesammelt. Ich hab ein Geld eingesammelt. Ja, da musst du nur noch 200 töten, ey. Oh, mein Gott, ey. Oh, mein Gott, ey. Ach, ja, das Projekt läuft schütterschütz. What the fuck? Wieso muss ich mal so kaufen? Wieso ist er ein Zappen? Wie krieg ich jetzt Geld, Mann? Wie krieg ich jetzt Geld, ey? Ja, indem ich Aufträge schaffe, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich glaub, ich muss laden, bis jetzt irgendwie umbringen. Hat das ein bisschen Geld gebracht? Ja. 20. Ja, ich bin hier rausgekommen. Nee, ich bin noch nicht draußen. Ja, 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 ja. Ich helfe dir. WTF? Why? Why? Warte mal, man kriegt euch durch solche Challenges, mal wenn man Geisterfahrers oder so, kriegt man da auch Geld oder so? Ich glaub nicht. Scheiße. Okay, ich will jetzt mal kurz ein Geldfahrer. Bekommst nur die Challenges. Das ist aber ganz schön Nubi-Kobe, ey. Ja, Mann. Ja, gut. Ich sehe schon, dass jetzt vielleicht dich wieder unter einem Gummestand. was das Projekt ist, äh, pausiert. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Ich hab grad hier alles zu sagen, was geht, ey. Wie ein Panner, irgendwann. Oh, noch ein paar Zoller. Oh, noch ein paar, 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 noch ein paar fucking Pfannflaschen, Summeln, ey. Ich brauch ein Dollar, 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 Dollar ist was ich brauch, ey, ey, ey. Entschuldigung, ich bin nicht gut. Wir werden besser als ich dachte. Wenn wir in dem Spiel später benutzen, wird das sowieso kein Auto mehr. Warum muss man das tunen? Warum? Okay, chill, warum muss man sowas kaufen? Ich versteh's nicht, ey. Das, Tante, ey. Wir tunen den Pick-up. Los geht's! Bo, du, okay. So, okay. Schieber vor dir ein paar Leute. Und mich auch, danke. Das war keine Absicht. Ich bin ehrlich. Ich will auch, dass das vorangeht. 170, ich hab's bald zusammen. Ich bin auch gleich tot, ey. Die Polizisten auch Geld troppen? Ne, leider nicht. Jetzt wird's schneller gehen, ey. Ja, hier, wenn man Sachen überfährt auf der Straße, gibt's auch Geld gedrofft. Okay, 175, 176. Oh, Mann. Jetzt werd ich wiederverfahren. Ich übervorleite, ich helfe dir. Scheiß Punk. CM Punk. Hier liegt noch Geld bei mir rum. Siehst du das nicht? Wo? Wo? Hier, genau. Hier liegen drei Dollar Zeichen rum. Bei mir nicht. Okay, dann nehm ich das mal auf. Das ist das, das ist das, das ist das... Das waren 15 Dollar. Ich hab grad aufgehoben. Nice. Was? Ach ja, mein lieben Zuschauer, die ewige Suche nach dem Geld. Ich glaub, 25 Mythen können wir auch gleich damit verbringen, einfach nur Geld zu sagen. Nein, so Pfadstrecken und Deluxe. Ja. Ja, mehr Pads sind mehr Einnahmen. Ey, 200! Gibt's mehr Real Life Geld. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Was ist das? Aua. Ich bin gleich tot. Bekannt als der Versier auf 3. So, ja, Bekanntheit. Wo ist denn jetzt unser guter Pickup? Bestimmt schon despawned. Ja, jetzt haben wir irgendwie niemand mehr ein Auto. Wenn wir alles in Glück geschminkt haben. Da kommt ein Blaster. Oh, da ist dein Auto. Oh, das sind sogar relativ luxuriöse Bitches. Ich hab... Je mehr du davon zerstört, desto mehr muss ich noch bezahlen, ne? Kein Grund mich umzufahren. Jetzt steck ich aus und jetzt muss ich warten. Beste Nebenaufgabe war... Naja, ich kann nicht in die Garage rein, wenn ich kein Auto hab. Ich muss doch die Tür gehen. Nein, das find ich gut. So, ich hab noch ein paar Chips für so ein. Nein, ich will nicht in meine Garage gehen. Ja, ich kann nur mein Auto rausholen. Das ist schön, aber... Nein. Nicht zu schalten. Ja. So stecken wir das mal. So 20 Minuten. 25 Minuten, um einmal... Um einmal... Klamotten zu kaufen und sein Fahrzeug zu verbessern. Tester. Das hat Qualität. I'm sorry. Was was... Was was mit dem Auto, du Idiot? Wenn's kaputt ist, muss ich dafür bezahlen, ne? Ich hab's gepockt. Du Idiot. Ich hab's nur richtig gepackt. Guck mal, du behinderte Stück Scheiße. Aua. Die fetten werden exkultiert, ey. Oh, yeah. Aua. Ey, man kann die Markierung setzen, wenn man tot ist. Yeah. Hey. Jetzt, wieso hast du dein Auto dahingestellt? Oh, Mann. Ich wollte flüchten, weil du auf mich geschossen hast. Oh, ha. Aber bei mir, wenn du es vorhin bin, bin ich gestorben. Ich komme nicht aus der Garage. Oh, nö. Ich glaube, ich muss jetzt durch die Tür rausfahren. Oh, ist mir warm. Biss mir warm, ey. Ich verpiss mich hier. Mein Auto steht fest. Ich bin weg, ey. Raus. Wo ist denn dein Auto hin? Ja, ich bin weg. Bist du dein Auto rausgefahren? Ne, wenn du mal noch glaubst. Ich suche mir jetzt einen anderen Windjob stecken. Deins ist de-spawned irgendwie. Ja, warum? Weil es irgendwie eben nirgendwo geparkt war, ey. Oh, scheiße. Ist mir heiß. Ich konnte nicht... Ich konnte nicht mehr rausfahren. Aber ich schwitze gerade. Ja, weil du fett und hässlich bist. Hässlich. Ja, stimmt. Ah, Gott. Oh, ne. Nein, du steigst nicht... Oh, 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 oh. Mockingbird, ey. Oh, ne, Alter. Ich hab mit dem Leben abgeschlossen. So, jetzt suchen sie einen anderen Rimjobs und du bist irgendwo anders, verpick dich. Das ist ein Koop, wir müssen zusammen bleiben. Fick dich. So. Oh ne, ich glaube es ist dasselbe. Oh, du bist weg. Ne, ich bin immer noch bekannt. Ich hab dir geholfen, rein zu kommen. Ja, ich lass es jetzt holen, die Folge ja mal. Ich hab schon gleich 25 Minuten erreicht. Obwohl, das war ja doch ganz witzig. Nein. Ich versteck mich jetzt in meinem Begabheitsgradfeld und du versteckst dich auch, ok? Ich versteck mich in deinem Auto im Moment. Nein. Ne Leute, ich bende es hier. Wir sehen uns wenn wir fertig sind. Wir Responsalen. Ch Presidenterstattung. Chor... Aaaah.